hallo servus und moin moin liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in the long dark ganz kleinen moment ich muss da mal eben schauen ob er auch aufnimmt ja macht er finde ich gut ich will aber jetzt nichts in der hand behalten ich will weg mit der streichhölzer ich will weg mit streichhölzer dann im steinchen kommt so wir sind immer noch ziemlich schwach aber ich glaube akut nicht so in lebensgefahr lasst uns mal mit modi reden oh wait hold your fire okay okay just take it easy why are you here i saw the smoke from your chimney outsider what thought so mainlander outsider i don't recognize your voice and you haven't left like the others so must be a mainlander someone who doesn't know any better my plane i i crashed in the mountains nearby I'm looking for someone who crashed with me a friend she might be injured i haven't seen her listen could you make that gun someplace else you think because my eyes are covered i can't see you make the wrong move say the wrong thing you'll see how good a shot i am i don't doubt it the others are all gone if you are here things must be worse than they thought okay dann werden wir mal fragen names mackenzie by the way and you are i had a name once but for years the townsfolk have called me gray mother name taken the old names fade can only be remembered by the young and the true so i should call you you should call me gray mother also where are we no forgotten town deep in the mountains you're far from home but where are we on great bear my plane came down in a storm and my compass was acting funny i've lived here all my life not much use for the outside world milton's the last of the old mountain towns now it's almost impossible to get to or get out of only people left here are either too poor or too proud to leave which are you i have what i need at least i did before the bad man came now i'm not sure i have enough to get through the winter i need to find my friend but i'll do what i can to help my mind is fuzzy some things come through so sharp others like a dream let me think let me rest maybe i can pull some memories out of the fog maybe i can find something that could help you find your friend um sitting here with a rifle in your hands you expecting trouble 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 you mean the storm the bad man the bad man came took my things tried to take my house they thought they were safe because great mother can't see they were wrong okay okay vielleicht ähm vielleicht können wir so noch ein paar hintergründe erfahren who are the bad man the man they 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 pass through down the night of the storm the night of the light i'm looking for my friend she crashed with me when my plane came down in the mountains do you think she could have come through and been caught by these bad men i can't say for sure is your friend a survivor i yes she is then there is always hope the town seems so quiet does anyone still live here not many after the earthquakes less after last night even fewer where did everyone go that i cannot say all i know is that i heard screams and could smell smoke for most of the night you mentioned smelling smoke someone came here one of the townsfolk tried to convince me to leave they said there were houses burning in the town they said people were scared and were leaving for the coast on foot foolish plan but that's what they said to do after the quakes if there was ever another emergency go to the coast and help will come they wanted me to go with them but i'm not ready to leave milton they left you here alone i'm not alone i have my lily lily never mind the bad men did they try to hurt you everyone thinks being whole means you're weak but they underestimated great mother it seems they did okay, they have a few possibilities i crashed without much food or gear myself and if these bad men clean you out we're gonna need to find some food and fuel or neither of us is gonna make it through the next few days you have any idea where we could find some supplies? the bad men took everything and the others in town who would have helped me are gone the ones left will have their own worries it's up to you, outsider i'll do what i can but i'll need your help there must be somewhere in town to get food food fuel the essentials what about your friend? aren't you in a hurry to find her? yes i am and i'll be looking for signs of her but there's a lot of ground to cover and without gear i won't make it so while i'm looking for supplies do see what you can remember about the night of the lights and if she might have passed through town that way maybe we can help each other okay outsider grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind but she'll try okay okay there are still a few things you keep calling me a mainlander why? it's what you are, isn't it? from the mainland an outsider you don't really belong here, do you? okay but you sound bitter about it we lost everything in the collapse people didn't realize how dependent we'd become some were fine with it others didn't want the scraps from your table created deep rifts in families communities scars that never healed the mainland had become our lifeline and it was suddenly cut and so we suffered i guess i don't know much about that history i'm not surprised you mainlanders have always been focused on your own story only interested in great bear when it had something to give you if you can't cut it down or dig it out of the ground what use is it to you? okay well any idea how i can get out of this town? i need to find help the old quake closed down most of the roads in and out of town that was years ago lizard just swept through town after the power went out as for hell you won't find any out there you're on your own we both are the power seems out all over town the power's always been spotty here since the quakes no money to fix the broken stuff left behind and nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it i'm sure someone will come and fix it nobody's coming to save milton how can you be so sure? i've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned this goes deeper than just a stillness it feels like the moments before the world goes to sleep we're just the last ones left awake to notice it what really happened here? seems like people were here recently where did they go? why didn't they call for help or just drive out? the power went out who knows the reason people started to get cold hungry they panicked started to talk crazy others walked here from the highway some belonged here others were outsiders like you did anyone see a woman? brown hair would have had a tan jacket with a scarf with birds on it possibly injured there was an outsider woman i heard her pass through she wasn't alone there were angry voices and but the storm was too loud voices? i lost the voices and i couldn't get them back hmm before you mentioned hearing voices do you remember what you heard? memories are great misty i'm trying to remember it was windy the blizzard was already waking up but i heard yelling a scream was it a woman's voice? i'm not sure the voices were thin far the blizzard was waking up soon there was only wind and darkness just i don't know i don't remember it's all cloudy now okay da haben wir nicht viele erfahren können aber vielleicht ein bisschen so ist sie aber jetzt noch ziemlich dunkel das problem ist es ist halt dunkel ne verdammt wie viel verdammt wie viel wir müssen ja irgendwas sehen oder so im kühlschrank dürfte eigentlich nichts mehr sein das problem ist das problem ist dann machst du wohl da geht es nach oben dann können wir schlafen können wir schlafen sehr sehr dunkel ne und das ist jetzt nicht so gut wir sind hier wirklich komplett komplett im dunkeln aber wir brauchen was zu essen okay das das bett ist glaube ich das einzige was wir momentan finden hier das nehmen wir uns mal eben mit also im dunkeln hat das kein wert wir schlafen nochmal drei stunden dann irgendwann irgendwann muss ja hell werden und dann schnellstens was zu essen suchen wir brauchen es wird ja gar nicht heller das wird hier kein stück heller das ist nicht schön wir haben echt keine andere chance wir haben echt keine andere chance verdammt verdammt also wie finden wir jetzt hier den ausgang wir müssen wieder runter wir müssen wieder runter und hoffen dass wir noch irgendwas zu essen finden brauchen wir nicht ich habe ein Problem auf jeden Fall müssen wir was trinken das können wir zerlegen das können wir zerlegen so ein Kaninchen 28 Minuten dauert es ich hoffe wir schaffen das noch und wir brauchen für unterwegs auch wieder neue Streichhölzer und wir brauchen für unterwegs auch wieder neue Streichhölzer haben wir denn sonst nichts mehr im Inventar was wir essen können ne im Moment nicht wir müssen auch das Kaninchen warten 18 Minuten noch und dann hoffe ich dass es langsam draußen heller wird und dann hoffe ich dass es langsam draußen heller wird so die Hälfte ist rum und wir können eh noch nichts machen also die Nacht ist schon ziemlich lang da können wir mal eben ins Inventar gucken wie es denn hier aussieht ob wir noch irgendwas an Klamotten haben die lassen wir wohl an ok lassen wir wohl an auch da lassen wir die Jacke mal an sonst haben wir nichts was wir uns ausrufen können ok viel war es nicht ok so den Feuerholzbehälter den sollen wir ja füllen wofür sind die denn überhaupt müssen wir mal gucken ok dann sollten wir uns in der Stadt jetzt mal langsam unten schauen nicht gut ich höre Wolf ich höre Wolf ich höre Wolf also wir gehen erstmal hier die Straße lang wir gehen und gucken ob wir irgendwie was in den Häusern finden die Bank die suchen wir die gucken wir uns dann auf dem Rückweg nochmal an ich schätze mal die größten Chancen Essen zu finden dürften wir wohl hier haben oder so hier ich denke ich kann das Carreter hier Landfuel Die ist useful, weil dann hätten wir nämlich endlich mal ein bisschen Licht. Das ist wahr. Vor allen Dingen brauchen wir es. Wir müssen mal schauen. Dass wir so eine Dose Sardinen schon mal essen. So, die Bücher. Ne, verlassen wir uns nicht. Mit den Büchern können wir Sachen lernen. Zeitung. Auch die nehmen wir mit. Und Werkzeug bräuchten wir natürlich auch. So, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Können wir noch mal auffüllen. Natürlich eine Toilette. Da muss Park, da muss auch eine Zeitung sein. Stoff. Nein, im Moment nicht. Dann haben wir hier noch und Schuhe. So, das war's hier. Jetzt müssen wir eben ins Inventar, weil wir müssen mal eben gucken. Ne, anders. So. Lichtquelle. Aber wir haben keine Lampe. Sampellampen mit Öl. Aber wir haben keine Lampe. Okay, haben wir noch einiges vor uns, so wie es auch sieht. Da kommen wir nicht rein. Und da oben sollten wir erst mal nicht hin. Also können wir dann im Fahrzeug hier was finden. Zumindest im Moment nicht. Oder in dem zumindest nicht. Ach, Kofferraum. Da geht auch. aber da brauchen wir einen Brechhase zu. Also wir gehen dann noch mal die Hauptstraße lang. Ja, ich will doch auch helfen. Also Postoffice ist normalerweise jetzt nicht so. Okay, Moment. Da ist nur Rucksack. Ein Hinweis lesen wir. Wir dürfen keine Posten mehr annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen. Sonst erfahren sie, dass wir schon die ganze Zeit hier aufhören. Denkt ihr eine Ausrede aus? Vorher, die Leute bei jeder Gelegenheit auf E-Mails oder Drohnen zu verwenden, falls sie es sich nicht leisten können. Ich halte, oder falls es sich nicht leisten können. Ich halte die Augen. Mach den Postwagen offen. Mach nicht zu viele Hoffnungen. mitten im Nirgendwo für einen Baum gesetzt. Okay, irgendwo liegt dann wohl noch ein Postwagen, ja? So, Bücher haben wir zur Genüge momentan. What have we here? Ein Informationsblatt. Ich mach das mal eben so, dann, wer Interesse hat, der kann sich das durchlesen. die Postfächer, da kommen wir überall nicht dran, okay. so, hier hätten wir noch mal ein Haus. Na, ist mir ein Lager, Metallschrott. Metallschrott. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Papier haben wir eigentlich schon eine Masse. ist ja alles gut und schön, aber was wir brauchen, ist tatsächlich eigentlich erst mal Essen. wir sollten uns ja aufmachen zur Tankstelle, weil es da eventuell was gibt. Das ist auch kein Handy. Aber auch dafür müssen wir ja erst mal nur so ein bisschen haben, damit wir erst mal klarkommen, weil da ist ja mal gar nichts an Essen, was wir drüber haben. als Zwischenlager können wir die Holzkiste bei der grauen Mutter benutzen. Excellent. Auf jeden Fall. Tja, werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, hier noch ein paar Kaninchen zu fangen. So nachts, also über Nacht werden wir dann sowieso nicht großartig machen können. Heißt, dass wir uns dann unten ans Feuer setzen, beziehungsweise erst mal aussortieren, was wir brauchen, was wir nicht brauchen und dann unsere Klamotten mal so ein bisschen aussortieren. ein paar Häuser finden wir ja schon hier, aber wir müssen halt für nachts was haben. haben, ne? Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir für nachts noch ein bisschen was zu essen haben, dass wir die Nacht überstehen. Ich kann das streicheln sagen, Sie ist Wunderfutter. Naja, besser als nix, ne? Kaffeepulver. I'll be hungry later. Doris nix, man. I can always use more food. Und das machen wir jetzt auch. Wir müssen mal eine Kleinigkeit essen. Das hat noch 86 Prozent. Die hat 59 der Wir müssen nur gucken, dass wir uns nicht noch vergiften oder so. Okay, ein bisschen was hat's gebracht. Schauen wir mal oben nach. Da, da. Thank goodness. Ne Trauben Limo. Allzu viel war hier ja dann auch nichts mehr holen. können. Aber ich schätze mal hier in den verfallenen Häusern werden wir wohl nichts mehr finden, ne? da kommen wir momentan auch nicht rein. Ähm, beziehungsweise so, das war das. Aber hier hinten war nochmal eine Reihe an Häusern. Nix. so, das hebt sich so ein bisschen ab, das Haus hier, ne? Benötigt ein Ausschlüssel des Bank Managers. Okay, dann werden wir doch in die Bank müssen, ne? Dann werden wir doch in die Bank müssen. Beef Jerky So, die Toll, ah, Gefrierschrank hier geht er, ist aber trotzdem leer. Streichhölzer, sehr schön. Tränenreicher Brief. Ihr könnt's lesen, ne? Ich werde später hungry Lampenmüll, okay, 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 so, weiter nach oben. T-Shirt, T-Shirt, stimmt unsere signalpistole haben wir auch noch die hätte ich fast vergessen nur die fahrzeuge waren bis jetzt nicht sonderlich hilfreich ok dann wäre jetzt noch mal die bank als nächster ort an ich glaube die seitenstraße war noch nicht bank eingestellt ok aber wir kommen rein sehr schön no more cash das ist schon mal nicht schlecht ok da haben wir ein bisschen was zu essen trinken können wir uns ja jederzeit metallstuhl wäre doof da gibt es noch mal zunderbündel von so bevor wir hier weitermachen und solange das noch hell ist würde ich sagen gehen wir noch mal zum haus des bankdirektors in der hoffnung dass sich das für uns auch lohnt weil spätestens wenn es dunkel wird will ich wieder bei der grauen muddi sein ok ich sag mal so die nacht sollten wir überlegen überlegen überleben essen und trinken im kochtopf den nehmen wir uns so ansonsten gab hier holz wunderbar holz brauchen wir coole sache wir gucken dann nachher mal nach was wäre was 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 wir alles noch nutzen können und was nicht banktresor gut den lesen wir uns mal 19 30 08 den nehmen wir mit dann heißt wir kommen an den äh äh tresor extra ich weiß gar nicht wie viel betragen können die dosen nach die dosen nach ne ok ist immer noch hell ok wir schauen mal ob wir nicht noch irgendwie ein bisschen holz finden Wir haben kein Werkzeug. So langsam nagt auch schon wieder der Hunger an uns. Da hinten scheint auch noch irgendwie so eine Ruine, ich glaube das ist ein abgebranntes Teil. So gucken wir mal eben, was essen wir denn. Blutspuren, die sind mir vorher noch nie aufgefallen. Ist das einer der bösen Weisen? Ein Weisen. Okay, hier gibt es zumindest auch wieder ein bisschen Holz. Okay, brauchst du auch nicht mehr, brauchst auch nicht mehr lange. So, denn dafür haben wir den Feuerholzbehälter, da kann man ein bisschen was reinmachen. So, schauen wir mal alles an. 25.000 Socken brauchen wir nicht. Die Limmau behalten will. Eine Dose reicht uns. Metallschrott wird ein bisschen was wiegen. So, und alles andere schauen wir uns drinnen mal an. Wir gehen nämlich erstmal rein, wo es wärmer ist. Und damit würde ich sagen, lassen wir den Tag ausklingen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sehe euch beim nächsten Mal hier wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020